Den Kopf gesenkt, die Augen geschlossen. An diesem Freitagvormittag hat Papst Franziskus während seiner Polenreise das frühere deutsche Vernichtungslager Auschwitz besucht. Bereits im Vorfeld hatte er angekündigt, anders als sein Vorgänger Benedikt XVI., hier auf Reden verzichten zu wollen. So verweilte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Appellhof mit seinen Sammelgalgen eine Viertelstunde lang in sich gekehrt und betend. Vor der Weiterfahrt küsste er den Galgen. Die Geste erinnert an den traditionellen Kuss des Kreuzes Jesu Angka Freitag. Im Anschluss traf er mehrere Überlebende des Holocaust und sprach mit ihnen. Dann zündete er an der sogenannten Todeswand, an der Menschen erschossen wurden, eine Kerze an. Nach dem Eintrag in das Besucherbuch fuhr der Papst in das nahegelegene Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau weiter. Dort ermordeten die Nazis mehr als 1,1 Millionen Menschen. Franziskus ist nach Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI. der dritte Papst, der das Vernichtungslager im Süden Polens besucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017